Tabea ist verhaftet worden. Warum? Sie hat ihrer Lehrerin eine reingehauen. Sie ist gewalttätig und hat sich nicht unter Kontrolle. Wir alle werden mit Situationen konfrontiert, die uns ganz schön zusetzen können. Du wirst einen Anwalt brauchen. Pferde können uns dabei helfen, einen bewussteren Umgang mit uns selbst zu finden. Man will sich schon wieder hinlegen. Das geht ihm nicht gut. Willst du dich um ihn kümmern? Das wieder gut machen, oder was? Reiterhof Wilgenstein. Am Freitag um 20.15 Uhr im Ersten. Am Freitag um 20.15 Uhr im Ersten.